Wer ist dieser McCara? Muss ich den kennen? Ja, er war sowas wie längst Berater in dessen Zeit als Premierminister und das Buch hat ihn getötet. Wie ermutigend. Hallo, wer sind Sie? Ihr Ghostwriter. Fangen wir an? Ja, natürlich. Hallo? Ja? Mikes Tod war ein Schock. Aber es ist nicht nur das. Sie haben hoffentlich nicht vor, das Manuskript mitzunehmen. Ihnen ist doch klar, wie ernst die Sache ist, oder? Ich war am Strand und bin diesem Mann begegnet. Er sagt, es wäre ganz unmöglich, dass die Leiche von der Fähre hier angespült wird. Unmöglich! Sie denken, er wurde ermordet? Sie nicht. Ich fürchte, Sie irren sich. Die Arbeit für ein Mörder! Der ehemalige britische Premierminister Adam Lang ist wieder in den Schlagzeilen. Ihr scheiß Wichser. Wer sind Sie? Der neue Ghostwriter von... Keinen Namen. Nennen Sie niemals Namen. Nennen Sie mir nur eine Entscheidung aus längst Jahren als Premierminister, die nicht im Interesse der USA war. Wolle Sie mir, es war sein. Was ist mir, es war sein. Vielen Dank.